Kommt die Recovery, kommt der Markt wieder zurück, schaffen wir es tatsächlich sogar noch ein bisschen Bullish rauszukommen aus dem Ganzen? Wir haben ja noch nicht so richtig starke Bewegungen nach oben gesehen in den letzten Tagen, das kann man nicht wirklich sagen. Es gab immer mal wieder Versuche, die sind aber sofort wieder konterkariert worden. Jetzt der Nächste. Wenn wir uns das mal anschauen, die Ausgangsbasis ist eigentlich eine ganz klassische, eine ganz typische. Nochmal der kurze Hinweis, etwas tiefer darf durchaus noch. Das wäre charttechnisch weder gefährlich noch untypisch. Aber bleiben wir in dem kürzeren Bild, da sehen wir schon der DAX. Er kommt zwar jetzt hoch, aber nach diesem Tief hier, was wir am 1. Oktober hatten, das ist bisher alles das, was wir seit diesem Tief haben, nicht das, was ich mir vorstelle mit einem oder was ich in Verbindung bringe mit einem superbullischen Bild. Aber es ist auch nicht ganz Katastrophe. Insofern tun wir mal so, als ob das noch eine Chance hat für weiter aufwärts notierende Bewegungen. Wie sieht es in Amerika aus? Dann machen wir uns nichts vor. Die eigentliche Bewegung kommt ja aus Amerika. Und dann sehen wir, dass wir gar nicht so schlecht eigentlich angefangen haben. Wir sehen das hier im 4-Stunden-Chart. Lasst mich das hier mal in 15 Minuten oder 5 Minuten, ist vielleicht noch besser, Chart nochmal mit euch durchgehen. Das ist diese erste Bewegung, die wir hier hoch hatten. Allerdings, wir hatten es ja versucht hier, ob wir da auf einen schnellen Trade mal rein konnten. Der Teil ist nicht optimal hier, was wir angesprochen hatten, diese Dreiwelligkeit. Das ist nicht das, was wir wollen. Jetzt hatten wir da diese starke Abwärtsbewegung. Auch das ist erstmal safe. Ist das jetzt der tolle, der bullische Move nach oben? So schlecht sieht das nicht aus. Also es ist nicht perfekt, aber es ist nicht so schlecht. Die Welt hat schon Schlimmeres gesehen. Hier zumindest mal, was diesen letzten Aufwärtsarm hier angeht. Wir haben Rücksetzer, die sind aber überschneidungsfrei. Also was zumindest mal diesen Teil angeht, würde ich mich sogar noch darauf einlassen, dass das eine realistische Chance hat, ein Fünffeller zu werden. Wieso geht das? Also fünfwellig, das ist immer einfach. Da muss man nur zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Aber das Interessante ist, je weniger Überschneidungen es gibt und hier kann man sagen, naja, mit ein bisschen Augenzwinkern, das passt schon. Wir haben sogar intern hier 1, 2, 3, 4, 5. Also das passt alles so in diese typische Struktur, die sehr gerne eben den Haupttrend darstellt und eine realistische Chance eben widerspiegelt, dass der Kurs das jetzt als bullisches Szenario aufnimmt. Wenn wir jetzt hier etwas Korrektives bekommen, A, B, C, so ähnlich wie das, was wir hier haben, immer so dieses Kraut- und Rübenzeug. Hier hatten wir es mal umgekehrt. Da war Schub runter und wackelig hoch. Stellt euch was Ähnliches hier vor. Eigentlich so wie hier. Da kommt die große Kritik an die Chart-Technik. Ja, aber das klappt doch gar nicht immer. Ne, das stimmt. Das klappt leider nicht immer. Das klappt nur, ich sag mal, in der starken Hälfte der Fälle. Pah, das ist ja lächerlich. In der Hälfte der Fälle, das ist ja zufällig. Ja, aber wenn es klappt, dann ist eigentlich die Erwartung, dass wir sowas bekommen. Das heißt, ich habe vielleicht nur eine Chance für 60, 40, dass ich richtig liege, riskiere aber immer nur so viel, gewinne aber so viel, darf leider nicht damit rechnen, dass es permanent gut geht. Aber die Chancen sind halt eben deutlich besser, dass wenn ich 10 von den Trades mache, ich nicht ganz doof dastehe. Also sprich, wenn wir hier einen Rücksetzer bekämen auf diesen Anstieg hier, der ähnlich aussieht und wichtig getriggert wird hier, dann haben wir wieder so eine Chance. Auch die ist nicht heilig im Sinne von, das kann gar nicht anders, aber dann haben wir wenigstens und selbst wenn wir sehr minimalistisch unterwegs sind, so eine Bewegungsrichtung zu erwarten und dann wiederum ein relativ kleines Risiko, eine relativ gute Chance. Also das ist etwas, auf das ich jetzt sehr, sehr gerne warte. Guckt da drauf, ob das hier im Laufe des Nachmittags passiert. Ja, ist damit das bärische Bild schon vom Tisch? Ja, so richtig, ich habe es angesprochen, das war gestern eine Fehlermöglichkeit, das ist nämlich eine Dreiwelle und wir haben es gestern damit geheilt, dass wir gesagt haben, na gut, es gibt durchaus etwas vorne, dreiwillig, hinten dreiwillig. Das bringt dann zwar noch nicht das richtig bullische Bild, das kann uns hier ja auch noch blühen, dass quasi das, was wir jetzt hier haben, diesen Teil entspricht. Dann kriegen wir hier die Korrektur und danach kommt nochmal ein Teil nach oben, also dieses Ding hier und das entspricht dann dem hier und dann, dann ist das Rätselraten da, denn das, was wir bis dann gesehen haben, ist noch nicht der Beweis, dass es bullisch weiter nach oben geht. Per se könnte man sagen, spätestens wenn er diese Marke durchstößt nach unten und jetzt wird es für viele kompliziert, ich weiß das, aber dann sind wir weiter und werden nicht nur diese Marke, sondern auch diese und sogar wahrscheinlich dann endgültig die 33.000er Marke nochmal ansteuern. Da würde ich mich fast aus dem Fenster lehnen dafür. Also wichtig ist zu gucken, wo sind die schwachen und wo sind die starken Bewegungen. Im Moment ist zumindest mal vorläufig eher die starke Bewegung nach oben. Achtet darauf, ob was Schwaches hier kommt, dann haben wir da eine ganz gute Indikation, was als nächstes da noch passiert. Gleiches gilt für den S&P 500. Da kann man eigentlich nicht großen Unterschied feststellen, es ist mehr oder weniger das Gleiche. Auch hier gilt es, wenn es hier wackelig runterkommt im Nahkampfchart, hätten wir da eine realistische Chance, dass das zumindest vorläufig dann nochmal in eine Verlängerung nach oben geht. Nicht ganz bitte außen vor lassen, wir sind nicht ganz auf das Ziel hier gekommen. Ziel ist vielleicht ein bisschen übertrieben, das muss ja nicht diese Marke erreichen. Allerdings nehmen wir mal an, der kommt tatsächlich nochmal runter da in diesem Umfeld. Ganz grob, 4240 bis 20, so ganz grob in diesem Band hier, da hätten wir eine echte Unterscheidung, nein, Unterstützungsentscheidung, die gefällt wird. Sprich, greift der Markt dazu und sagt, jawohl, wir nehmen es an, da drehen wir, alles safe. Geht er da durch, ist das wirklich kein gutes Zeichen. Aber im Moment sind wir ja eher auf der bullischen Seite, sollten wir gar nicht so negativ reden. Auch die Tech-Titel sind auf dem Weg nach oben und das ist erstmal für viele eine gute Nachricht. Wenn man allerdings auch sagen muss, dass der Anfang dieser Bewegung genau nicht das widerspiegelt, was ich gerne hätte. Das ist etwas, was ich dann ganz schlecht für einen Trade nutzen kann, denn das wäre für mich etwas Korrektives. Allerdings hat er ja auch keine Unterseiten hier getriggert, die sind ja alle steigend gewesen. Also es gab gar keine Versuchung, eine Versuchung vielleicht schon, aber keine Chance hier in die Abwärtsseite reinzukommen. Die hätte ich eigentlich nach so einem Anstieg lieber gesehen. Stattdessen bricht der Markt jetzt nach oben aus. Also man sieht, das kann man nicht zwingend vorhersagen, dass das nicht trotzdem passiert. Was man allerdings sagen kann, getriggert für die Short-Seite ist er wenigstens nicht. Also zusammengefasst kann man auch hier sagen, naja gut, das ist hier Schwamm drüber. Profis würden wahrscheinlich sagen, vielleicht wird das ein Leading sein. Leading der Jörgene. Ja, das gibt es schon, dass es dann eben so eine Bewegung mit Überschneidung gibt. Die sind statistisch nicht so häufig, die kommen eher selten vor. Ich sage mal so circa 10 Prozent aller anfänglichen Impulsbewegungen sehen so aus, dass nicht 16, sondern ungefähr 10. Das ist nicht auf den Schnaps genau. Aber da kann man sehen, dass das nicht das vorrangige Bild ist, auf das man setzen sollte. So von wegen, das ist bestimmt das. Möglich ist es, aber die Wahrscheinlichkeit ist dafür eben unterdurchschnittlich. Weshalb der Anstieg hier zumindest mal für meine Geschichte hier schwer nachzuvollziehen war, warum das so passiert ist. Aber wenn man ins Detail reingeht, klar, zugegeben auf Minute, sehen wir aber, dass so der richtig geile Schub, ja hier hinten geht es jetzt besser los, aber wir sehen, der Markt musste sich erst von diesen Überlappungen lösen. Ich bin dann noch ein bisschen skeptisch, aber klar, solange es wackelig hier runter geht, würde ich auch hier die Vorwärtsbewegung, also die nach oben weiter vorziehen. Für diejenigen, denen das jetzt alles viel zu schwammig war und die sagen, naja, aber mit so einer Aussage kann ich doch nichts anfangen. Ich hoffe, dass ihr im Laufe der Zeit damit ein bisschen was anfangen könnt. Wenn ihr mehr Konkretes wollt, dann meldet euch an für den Trade des Tages oder bei Born for Trading, falls ihr es nicht schon seid. Dort kriegt ihr solche Ideen ganz konkret aufgesetzt. Heute hatten wir Netflix beispielsweise als Trade des Tages, als einen der Trades von vielen, die wir natürlich täglich immer machen. Und da geben wir natürlich dann die ganz konkreten Handelsmarken an. Also wenn ihr euch für sowas ebenfalls interessiert, dann seid ihr da genau richtig aufgehoben. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Amen.